ja heilig und das wir auch aber es sind vorliefern Antoinette mit mag und keine Staten So. Ich packe mal jetzt die. Oh, erst mal die Wände voll Blut beschmieren. Juhu. Das mache ich auch zu Hause gern. So gehe ich auch mit Menschen auch im echten Leben um. Hä? Wie funktioniert es nicht? Was denn? So, warte. Ich habe sie in der Kettensegel geklagt. Es funktioniert nicht. Hier ist alles rot. Das ist, glaube ich, ein Fail. Kann das sein? Was hast du denn in der Hand? Ja, die Plattform. Ja, äh, ja, keine Ahnung. Geh mal. Warte, ich geh jetzt schnell nachschauen, wie ich, äh, so eine Wasserflasche. Ein Ego muss ein Bugs sein. Das habe ich schon gesehen. Okay. Es funktioniert nicht. Okay, warte, ich gucke mal, wenn man so eine Bottle of Water, Bottle of Water craften kann. Es ist rot, ich weiß nicht warum. Aber es müsste gehen. Ja, warum geht denn das? Ähm, kann ich kurz disconnecten, neu connecten, vielleicht funktioniert es dann? Ja, ja, warte, ähm, ja, mach das. Dann geht er auch runter, oder? Ja. Ähm, dann bis gleich, kurzer Schnitt. Jo. Hallo, wir sind wieder da. So. Hallo. Und das funktioniert noch immer nicht. Nein, ist es kein Bug, sondern du bist inkompetent. Also die Zombies sind wieder da. Es ist aber ein Bug. Die Zombies sind wieder da, pass auf. Oh, scheiße. What? Hä? Warum funktioniert das nicht? Ich weiß es nicht, Michael. Und John Klipp, nice. Nur eine Waffe. Boah, fast wieder reingelaufen in die Kacke. Hast du zufällig eine Wasserflasche? Ich zerstör den Kacke. Oh, ne, okay, doch nicht. Okay. Ich fahr in die Stadt. Ich brauch was zu trinken. Wann möchtest du dir was mitbringen? Ich fahr mit. Warte, hast du schon wieder Kisten gemacht? Ich hab eine. Also zwei insgesamt. Oh, ist alles voll. Ja, ich kann eine Waffe reloaden. Aber ich weiß nicht, warum Plattformen nicht funktioniert. So, ab in die Stadt. Ja, ich warte, wir machen kurzen Schnitt. Denn ich muss was nachgucken. Bis gleich. Tschö. Hallo und hier sind wir wieder. Hallo. Und ich habe jetzt gerade ein Fundament gebaut. Ja, ja, das hast du. Und jetzt brauchen wir noch eine Wand. Und noch eine Dür. Ich bin gerade in der Stadt. Rüste mich aus. Da ich eine Kennsucher. So, ich mach jetzt mal hier craften. Ach, jetzt schon wieder dunkel. So. Fuck, was darf ich weg? Ähm, ich hab's mir hier aufgeschrieben. Und ein... Weißt du, was ein Wundbilder ist? Äh, ist das nicht so... So ein Pfosten oder so? Ja, aber macht man die aus Dix? Ja, du... Äh, fragst du den Falschen, wa? Hm. Vielleicht ist es die mir. Da musst du dich wegkacken. Nee. Ich warf mal die Batterien weg. Aber das war jetzt kein Fehler. Da ist doch noch mehr. Ja, komm. Hm. Da fuck, alter. Ich weiß, Gott, wirklich nicht, wie man hier noch... Scheiße, es ist nacht. Oh Gott, ich schnell, schnell, schnell. Oh Gott, komm, zum Beispiel. Oh Gott, am besten, kann zum Beispiel rein. War nicht so... Oh, ich muss wieder was trinken und so. So, trinken. Ich hab ne... Meine Musik ist wieder weg, aber scheißegal. Zumal mir geht einfach die Folge. Welche Folge ist das jetzt? Hm. Was, sieben oder? Oder acht. So, sieben. Okay. So. Ja, passt. Du findest überall Zivilien-Bullets, aber kein einziger, äh... Wie heißt das noch mal? Was trinken. Bonjour. Bonjour-Bullets, wie sich das anhört. Ich hab nur immer keine Ken gefunden, verliegte Scheiße. So. Trink ich auf. Ich schocke, bar was zum Essen, oder? Junge, ernsthaft. Schokoladen-Regel. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich auch, was damit gemeint ist. Und zwar auch. Ja. 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 Ich hab nicht mehr gesehen. Ich hab nicht mehr gesehen. Ich hab das, was ich angehört habe. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. ist Arne Krasse was kommt denn jetzt rotosiegel ja die habe ich o und die siebte Folge ist vorbei bis zum nächsten Mal wenn ihr an dann spielen sagt den Freunden denken war hat es noch so ein bisschen sagt den Freunden mein Kanal also und wenn ich das Video war nach Leichen bis zum nächsten Mal schützen lieben tschüss sie graben und und ich Vielen Dank.